Moin Leute, wie vorhin angekündigt, der nächste Daily Vlog, bevor wir was vergessen, der 6. Dezember, 18 Uhr noch was. Hallo Frau Farming. Hallo. Damit zählt es, ist ja gestern, ich habe mal einen freien Tag dann sozusagen. Wir sind im Christmasgarten aktuell, der befindet sich im Botanischen Garten in Berlin Steglitz und ja, das wird ein sehr entspanntes Video werden, denke ich. Wir werden einfach so ein bisschen durch den Garten schlendern, ohne viel Geschnacke, ohne viel Gelaber, das machen wir ja sonst immer und lassen einfach mal die Bilder wirken. Das Lustige ist, hier ist gerade der Anfang, ihr seht es ja, da hinten ist das Ende. Das heißt, wir werden uns fast an der gleichen Stelle wiedersehen. Bis gleich. Musik 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 auflösung da keine ahnung was haben wir gebraucht jetzt so circa eine stunde 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 feinste wetter ausgesucht hat hat zeitweise richtig aus eimern geplattert man sieht es dir auch an jetzt ein bisschen frisch und wie fandst du es wir waren jetzt die letzten jahre schon hier das dritte jetzt in folge oder dritte ja die mama wünscht sich das immer muss man dazu sagen die freut sich jedes mal die haben wir hinter uns gerade verbringst du hast da senf an der nase ich hab gerade eine bratwurst hier essen leute weg da warte gib mal den finger her ich weiß nicht ob es senf ist oder bobb ist ne das pope ekelhaft schneide ich raus nein ja die mama freut sich immer war ihr geburtstagsgeschenk deswegen sind wir heute hier ja wie gesagt ich hoffe euch hat das video gefallen war ein sehr entspanntes hoffe ich also noch habe ich es ja nicht geschnitten war schön aber dieses jahr fand ich hat sich gelohnt leute wir beenden das hier wir knutschen nun auch vor der kamera voll ekelhaft einer wie so frisch verliebt ich hoffe euch hat das video gefallen wenn ja lasst gerne das däumchen ist ein träumchen dieser ekelspruch auf youtube wenn nicht ist das auch okay wir verabschieden uns mit den bildern hier haut rein wir sehen uns morgen